Hallo, ich bin Charlotte von Die Kräutermagie. Einige Menschen berichten hier und da, dass bei ihnen die Naturkosmetik nicht funktionieren. Dazu möchte ich heute was sagen. Und zwar, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr euren Körper in den letzten Jahren mit Silikonen, Parabenen, Emulgatoren, Konservierungsmitteln belastet habt, dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass der Körper ein kleines bisschen Zeit braucht, um sich umzustellen. Das heißt, er geht sozusagen in einen Entgiftungsprozess. Bei Haaren kann es drei bis vier Wochen dauern, bis das Silikon aus den Haaren entfernt ist. Das heißt, wenn ihr das erste Mal ein Shampoo Bar benutzt oder eine Haarseife, dann gebt dem Teil ein kleines bisschen Zeit. Das ist nicht immer von einem auf den anderen Tag alles perfekt. Aber es ist absolut notwendig, dass der Körper erst mal entgiften darf. Und auch bei Deo-Cremes denkt einfach daran, dass der Reinigungsprozess ein kleines bisschen Zeit braucht. Dies einfach mal so als Tipp, bevor ihr eure toll gekauften Dinge wieder in die Mülltonne werft und sagt, das ist nichts für mich. Probiert es einfach aus und ein kleines bisschen Geduld. Tschüß!